Das Osterfest mit einem Federstrich gecancelt und die Kanzlerin hat keinen Trost für die Deutschen. Normalerweise ist für die Menschen in Deutschland Ostern ja ein Fest der Familie, ein Fest, in dem man rausgeht. Und das wird in diesem Jahr und muss in diesem Jahr anders ablaufen. Ausgerechnet das höchste kirchliche Fest gestrichen. Die Kontaktbeschränkungen sind verlängert. Der Verzicht auf Privatreisen und Verwandtenbesuche ist gefordert, Tagesausflüge und Gottesdienste abgesagt. Gemeinden helfen sich derzeit mit Online-Gottesdiensten, versuchen so etwas Trost zu spenden. Ihr müsst draußen bleiben, heißt es zurzeit für viele Menschen. Die Angehörige in einem Krankenhaus, in einer Wohngruppe oder einem Alten- und Pflegeheim haben. In Länderparlamenten wird über Zugangskontrollen an Bahnhöfen und über das Schließen von Fernverbindungen diskutiert. Die Stimmen werden aber lauter, die davor warnen, noch weiter nach Kontaktsperren und Shutdown in Freiheitsrechte einzugreifen. Auf Dauer kann man eine solche flächendeckende Beschränkung nicht hinnehmen. Das muss befristet sein, so der Ex-Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier. Doch Garantien, dass es jetzt nach dem anvisierten 19.04. alles wieder so wird wie zuvor, werden nicht gegeben. Der 19.04. und der 20.04. bedeuten nicht automatisch. So waren sich heute alle einig, auch die Bundesregierung, dass dort schon wieder alles so wird wie vor den Beschränkungen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont jedoch, die Bevölkerung kann sicher sein, dass mit dem Ende dieser Krise die Freiheitsrechte radikal wiederhergestellt werden, so wie es vorher war. Der Bundespräsident fordert derweil die Bundesbürger auf, sich an den vielen Initiativen zu beteiligen, die online oder auch in der Nachbarschaft Einkaufsgänge oder Essensversorgung anbieten. Wenn wir uns jetzt so richtig kennenlernen, dann zeigen wir einander doch das Beste in uns. Zeigen wir Mitmenschlichkeit, zeigen wir Solidarität. Heute tagt der Corona-Ausschuss, um die derzeitige Lage zu diskutieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017